Und schon wieder führte das aggressive Vorgehen der GDI zu einer menschlichen Tragödie. Fehlt mir die Schuld für das Chaos. Aber es geht nicht um mich, es geht um die Unterdrückten, die sich Gehör verschaffen wollen. Hatten Sie uns nicht eine goldene Zukunft versprochen, Rios? Sagen Sie es mir! Finden Sie, dass unsere Probleme gelöst sind? Die größten Errungenschaften der Menschheit waren nie einfach. Doch in diesem Moment haben wir eine Wahl. Selbstgefällig auf das Ende warten oder handeln? Die TKN-Hub senden an den Scrin-Turm. Ich glaub's einfach nicht. Die Scrin... Die Scrin haben mir alles genommen. Meinen Tom, meinen Alex. Und jetzt holt... Gehen diese verfluchten Aliens wieder aus der Versenkung? Das wird... Das kann ich nicht billigen. Wenn Rix das wüsste, könnte er es nicht ignorieren. Sergeant Nash, wie ist unser Status? Der Impuls hat uns voll erwischt. Alle Systeme sind offline. Wir fliegen blind, Karne. Der GST ist über einem Gebiet namens Tin City abgestürzt, in dem mehrere Stämme schwerst mutierter, vergessener leben. Da sie uns wohl nicht mit offenen Armen empfangen werden, müssen wir alles tun, um den GST wieder flott zu machen. Lokalisieren und bergen sie zunächst die im Zielgebiet verstreuten Rettungskapseln des GST-Ingenieurs-Kurs. Soweit die Ingenieure in Sicherheit sind, reparieren wir den GST. Willkommen zurück zu Command & Conquer 4. Tiberium Twilight. Und wir machen die dritte Mission. Und ich nehme hier gleich mal wieder defensiv. Ich nehme auch defensiv diesmal. Ja, ich werde auch mal noch eine andere Variante zeigen irgendwann. Doch, ich will mich erstmal so ein bisschen einspielen. Ich habe mich jetzt total umgewöhnt. Ich habe das jetzt so offensichtlich gespielt. Hey, die schwarze Frau spricht, okay? Da redet man nicht. Ja! Alles klar, ich baue hier gleich mal Kanonen. Und ich gehe mit meiner Truppe dann da oben hin. Ich mache jetzt hier die Kanonen. Kann ich das hier einsammeln? Direkt mit meinem Crawler. Oh, das glaube ich nicht. Warte mal. Nee. Ich komme mit meinem Trooper. Geht irgendwie nicht. Musst du nehmen. Was bringt das eigentlich? Da kriegen wir Credits, damit wir die Upgrades holen können. Guck hier. Ja, fünf. Zack. Also, ich baue mich mal hier auf. Und zwar hier hin. Ich ziehe gleich direkt los. Was nimmst du? Ich nehme jetzt den an der Seite rechts. Dann nimmst du den unteren, okay? Den unteren, genau. Ähm, warte mal. Erstmal zuweisen hier. Alles klar, dann gehe ich jetzt da drüben hin. Mein kleines Trupp hier ist ready to go. Ich warte noch, ob ich noch ein Anzeige losgehe. Obwohl, ich könnte noch Ingenieure gebrauchen. Die muss man ja haben. Das ist ja wirklich hier. Ja, ohne Ingenieure geht gar nix. Ingenieure sind ja ein absolutes Muss. Ah, der kommt jetzt hier mit seinen Einheiten. Sammle ich mich mal hier. Mache mir hier zwei Ingenieure auf die zwei. So. Dann kann der wieder mit. Ich habe meine auf der Fünf. Weil ich vorne meine Kampfeinheiten brauche. So, vier. Okay, die sind hier. Ah nein, was haben die hier? Sind die gut? Die scheinen gut zu sein. Gleich mal reparieren. No, no, no. Was kommt hier? Boah, die explodieren. Selbstmörder. Obacht. Obacht. Ach du Scheiße. Die hauen ja derbe rein. Die zerlegen mich hier gerade. Brauchst du Hilfe? Nee, nee, es geht. Es geht. Jetzt rieche ich noch irgendwie hin. Die Selbstmörder sind halt schlimm. Ja. Alles klar. Reparieren. Und wir machen hier gleich mal wieder neue. Noch ein Ingenieur am besten. Ja gut, die hier verliere ich. Aber ist ja auch kein Problem. Kann ja immer wieder neue rausbuttern. Erstmal Rückzug hier. Erster Fallkontakt. Ey, die haben hier aber echt ganz gute Einheiten. Die Transporter hier, die halten eine ganze Menge aus. Oh shit. Ich habe aber eine geniale Idee. Und zwar setze ich mir hier einfach direkt ein Geschütz hin. Schwupps. Da ging ja da gar nichts zu melden. Ach, verdammt. Diese Fußtrupps hier halten ja gar nichts aus. Nee, da brauchst du extrem gutes Micro. Micro is everything in dem Game. So sieht's aus. Jetzt greif doch an, Leute. Ah, schau mal hier. Was habe ich denn hier Nettes? Irgend so ein Wrack, wo ich übernehmen kann. Ist ja mal genial. Mastodon übernommen. Ich habe hier einen Mastodon. Ich gucke mal. Wow. Wow, oder? Wow. Okay. Ziemlich geil, würde ich sagen. Und ich fahre hier gerade die Taktik, äh, der Panzer, der angegriffen wird, einfach hart heilen und dann können die nichts machen. Meine Ingenieure, die mache ich mal hier. Aber jetzt bin ich auch schon voll. Auch ein bisschen dämlich. Egal. Egal. Hier kommt man mit. Machen wir dieses Trupp auf die 1 und wir sollen wohin hier drüben hin. Okay, das nächste. Oh, shit. Ah, verdammt. Das kriege ich hier nicht hin mit der Micro. Oh, fuck. Doch, doch, das kriegst du hin. Nein, schon bist du ein kleiner Selbstmord. Rückzug, roll das. Rückzug, roll das. Neutralisierung läuft. Ah, shit. Ich habe alles verloren. Egal. Pump immer wieder neue Einheiten. Ja, gut. Immer wieder Pumpen. Alles klar. Den leveln wir mal. Ne, wirklich? Noch so ein Selbstmörder? Das ist ja schlimm. Höh? Also, level ab. Sehr gut. Yes. Ich habe ein Kommando bekommen. Auch eine geile Einheit. Okay, meine Ingenieure. Die lasse ich mal hier schön auf der 3. Oder 2. Ich muss mir mal mehr Panzer bauen hier. Und den hier. Wo schicke ich den denn hin? Wo müssen wir denn hin? Also, einen Punkt habe ich. Was ist bei dir? Ja, ich muss jetzt nachziehen. Ich muss mich zurückziehen. Und jetzt komme ich mit meinen neuen Einheiten. Also, bei mir ist alles super. Freut mich. Meine Crew ist ready to go. Freut mich sehr. Meine Ingenieure, die werte ich hier nochmal auf. Sehr schön. Und dann geht mein Team mal da oben hin. Ich gehe schon mal zum nächsten Punkt. Macht das bitte. Ich ziehe jetzt hier nochmal rein. Und diesmal wird alles besser. Diesmal wird alles richtig gut. Na, da bin ich ja mal gespannt, was du hier so alles planst. Warte mal ab, warte mal ab. Feindliche Einheiten gesichtet. Wie, wo, was? So, Angriff, Angriff, Angriff. Ist aber bei dir, oder? Was denn? Na, hier die... No, was kommt hier denn schon wieder? Reparieren! Sie sind auf die Eingeborenen gestoßen. Angriff, Unreparieren. Oh yeah. Oh yeah. Hey, die machen ja hier Wahnsinns-Damage, diese Einheiten da oben für den Eingeborenen. Die Eingeborenen. So, jetzt... Jetzt habe ich den Punkt hier unten übernommen. Ähm... Ich habe neue Ingenieure, sehr gut. Ah, hier gibt es noch Punkte. Kann er mal das hier übernehmen? Das wäre super. Nein, kann er nicht. Wieso? Oh, ich hasse die Bewegung dieser Einheiten. Na also, geht doch. So, wir haben neue Punkte gekriegt, aber wir können sie nicht investieren, ne? Oh shit. Also, ich habe hier den nächsten Punkt, den übernehme ich jetzt. Wow, die Suicide-Einheiten haben gerade hart... Wahnsinn, ne? Die sind Wahnsinn. Wenn die... Wow, wenn die reinhauen, dann kloppen die dir hier eine Einheit weg. Oh, Ingenieure, Ingenieure. Wieso habe ich noch zwei? Und wieso greift hier keiner an? Komm, 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 komm. Yeah! Oh shit. Oh shit. Und ich habe den nächsten Punkt. Heilen, 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 heilen. Commander, wenn wir die TKN-Knoten hier kontrollieren, können wir mit ihrer Energie das Schiff wieder in Gang setzen. Ich schicke ihnen die Positionen der Knoten. Ah ja, was sollen wir nun tun? So, hier bin ich jetzt zwar ordentlich aufgestiegen. Nordsignaturen nähern sich. Ich wusste, dass sowas passiert. Jetzt geht das schon wieder los. Ja klar, jetzt müssen wir hier die Basen übernehmen. Diese Punkte. Okay. Ziehen wir meinen Crawler jetzt ab. Okay, warte mal. Ich gehe mal da unten hin. Hier oben ist so ein Timer. Ich wette, die kommen jetzt. Dann übernehme ich mal da oben einen Punkt mit meiner Einheit. Ich übernehme den ganz oben. Ja, was ist hier denn los? Wieso ist denn der Punkt nicht eingenommen? Achso. Achtung, die kommen hier. Sie wollen zu den TKN-Knoten. Das werden wir ja mal sehen. Oh, das wird böse. Das wird böser. Okay. Wo ist mein MBF? Hier drüben. Alles klar. Dann schauen wir uns hier mal ein wenig um. Eventuell finde ich ja irgendwo hier noch so eine Einheit. Ah, die kommen hier. So, Punkt eingenommen. Alles klar. Dann setze ich mich mal hier spontan hin. Und baue hier ein paar Türme auf. Ich baue meine Türme hier auf. Bankierung geortet. Neues Einsatzziel erhalten. Sie haben keine... Wow. Die kommen hier. Die kommen hier. Rorten wir dieses Ungeziefer aus. Okay, kannst du einen übernehmen? Feindlicher Crawler geortet. Ein Gebäude ist bereit. Oh, shit. Okay, wo sind meine Ingenieure? Okay, die bleiben hier. Die nächste Kanone, die setze ich hier mit hin. Dann sammeln die sich hier. Und ich gehe mal mit meinen Ingenieuren mich mal hier so ein wenig umsehen. Denn eventuell finde ich ja noch die eine oder andere Einheit. Sagen wir mal, die Türme brauchen die auch Kommandeuspunkte, ja, ne? Ne. Die haben ein anderes System. Wenn sie bauen, so viel du willst. Sehr gut. Das ist die gute Sache an der Sache. Warte mal. Ah, die haben hier einen Crawler bei dir. Achtung, der Crawler kommt zu dir. Mein Problem ist gerade, wie setze ich denn die Türme hin, wenn ich sie gebaut habe? Ja, draufklicken auf den obersten und dann irgendwo hinsetzen in dem Rahmen, wo du sie platzieren kannst. Okay. Auf den obersten. Du kannst sie auch wieder verkaufen und dann irgendwo anders hinstellen. Du siehst ja diese Energie. Ach da, okay. Und ich denke mal, da kannst du dann auch die Türme hinsetzen. Bau abgeschlossen. So ein Turm kostet, Moment, sechs. Uuuuh. Also man kann schon eine ganze Ladung machen. Was? Wo? Ach, das ist bei dir. Das interessiert doch niemanden bei dir da oben. Wie andere Probleme. Alles klar. Was ist hier oben? Oh, das ist kein Problem. Meine Kanonen. Boah, räum die hier auf. Geniale Idee. Wow, wie geil. Ich hab noch ein Mastodon. Yes, baby, yes. Boah, der gehört mir. Der gehört sowas von mir. Oh, hier ist ein Crawler. Den hole ich mir. Immer schön die Crawler weghauen. Ja, ja, den hole ich mir jetzt. Meine Ingenieure, die reparieren hier oben mal und dieses Trupp schicke ich dann mal da oben hin. Oh, jetzt werde ich unten schon wieder angegriffen. Das ist ja unglaublich. Also, bei mir sieht's gut aus. Das ist eigentlich alles so gut wie gegessen. Das ist so gut wie gegessen. Die Kanonen können auch leveln. Ist ja mal genial. Cool. Hast du diese Kommando-Einheit? Ähm, nein. Die haut auf jeden Fall gut rein. Ich hol jetzt mal hier Upgrade. Stufe 2. Können wir gar nichts machen, oder? Nö. Türme oder so? Nö. Die Tunnel hier. Waren die Stufe 2? Ja, die waren Stufe 2. Dann nehme ich hier mal die ganzen Upgrades. Und dann arbeite ich mich mal nach vorne. Oh, ich wird hart angegriffen. Also, bei mir läuft alles super gerade. Absolut zufrieden. Hol dir mal die Upgrades. Ja, mach ich gleich. Oder gerade. Boah, was ist denn hier los? Nach oben. Dieser Crawler. Ich bin total fertig. Ich brauche dringend Ingenieur. Ja, dann musst du bauen. Mach ich. Oh. Hey, die sind so geil, die Masterdon da hinten. Egal, der eine Punkt, der gehört uns. Ich übernehme jetzt den nächsten. Wir müssen hier nur kurz halten und dann, denke ich mal, können wir, können wir weitermachen. Oh, ich habe hier echt gerade Probleme. Okay, was haben wir hier? Naja, bringt mir null. Oder kann ich die bauen irgendwie? Also, ich habe gerade Zweigrohler bei mir. Oh, ich habe ein Riesenproblem. Kriegst du es hin? Ganz viele Türme bauen. Türme bauen, Stellung halten. Ich kann keine Türme mehr bauen. Du musst es halten. Ich mache den nächsten Punkt. Ja, dann denke ich sie halt so lange ab hier. Also, es wäre schon ganz gut, wenn du es irgendwie hinkriegst. Weil ich habe hier gerade ganz gut die Kontrolle. Yes! Oh, jetzt ist mein Turm weg. Geil, Mann. Schon wieder Level up. Und hier drüben kann ich ja super leveln. Kann ich in einen Ingenieur hier noch hochkriegen? Super. Mann, ey. Wie sieht es mit dem hier aus? Den könnten wir noch leveln. Ich würde ja gerne mal den Schaden der Einheit sehen. Das wäre irgendwie ganz gut zu wissen, wie viel Schaden die genau macht. Nicht auf meine Ingenieure. So, ich habe hier noch einen Crawler weggemacht. Ich nehme dir mal hier den Bonusgroßer. Ach, komm schon. Ich frage mich, warum ich keinen Turm mehr bauen kann. Ja, wegen der Energie an der Seite. Das ist so ein kleiner Blitz. Mhm. Und wie kriege ich die? Das sind die Türme. Ja, das ist Maximum. Da ist schon wieder alles erreicht. Ich habe 6 von 50. Ja, dann bau doch einen neuen Turm. Geht nicht. Wieso? Ich weiß es nicht. Einfach einen neuen Turm wieder auswählen und dann da oben bauen. Oh, jetzt geht es, wenn ich alle wieder weggemacht habe. Ja, du musst ihn aber auch oben ganz oben auswählen. Ja, ja, das habe ich schon verstanden. Oh nein, es ist irre. Oh, es ist ja eine üble Basis hier unten. Reparieren, reparieren. Sehr gut. Mastodon. Do it! Ja, die eine Basis da oben von mir, die hält sich gerade so gut, da kommt immer nur, wenn überhaupt, ein paar kleine Einheiten hin und alles übernommen. Gar keine Chance gerade. So, dieser Crawler macht mir noch zu schaffen, aber der ist gleich Geschichte. Was ist da oben los? Ja, okay, das kriegen die hin. Gut. Sehr gut sogar. Absolut zufrieden. mit der Taktik hier. Noch ein Crawler weg, sehr gut. Ja, der hier oben, eben gerade geklärt. Und jetzt pass auf, bam! Alles klar, das hier drüben hätten wir so gut wie. Und die hier, brauchen wir die noch? Jetzt schauen wir mal. Was ist denn los? Wieso übernimmst du den Punkt da unten nicht? Was machst denn du hier? Nee, du musst hier hin? Ja, weil ich die erst weghauen muss und dann kann ich da hin. Guck mal, jetzt. Übernimm mal. Also, ich habe das weggemacht. Also, ich habe zwei Punkte. Ich habe hier Einheiten, die immobil sind. Geschütze oder sowas ausgewählt? Ein Gebäude wird angegriffen, haben das Gebäude erobert. Ja, shit. Habe ich noch einen Ingenieur? Nein. Verdammt. Okay, ich nehme jetzt den Punkt und halte ihn einfach. Ja, ja, ich hole jetzt den Punkt. Sehr gut. Gut, denn im Moment kommt gerade gar nichts. Hm. Wie kriege ich die aus dem Boden raus? Ich glaube, wenn die zu einem gewissen Grad kaputt gemacht worden sind, dann können die sich nicht mehr bewegen, weil ich kann, wenn ich die anwähle, auch nicht irgendwie auswählen, steh auf oder so. Bei welchen? Ach so, die hier, ja. Die sind zerstört. Wir haben den TKN gehackt und die Reparatursysteme sind online. Nord wird es uns nicht leicht machen. Sicher nicht. Sicher nicht. Na schön, Sie haben die Knoten. Ist mir egal. Ihr GST wird, bevor Sie abheben können, nur noch ein qualmender Schrotthaufen sein. Shit. Oh nein, wir müssen die Mitte verteidigen. Oha. Alles in die Mitte. Einer oben, einer unten, würde ich sagen. Äh, direkt mit Crawler, ne? Ah, natürlich. Was willst du da noch an den Punkten? Die Kanonen würde ich jetzt alle verkaufen. Mhm. Weil du brauchst die Energie, ja. Läuft. Ah, verdammt, der kommt da oben irgendwo. Können wir den reparieren? Nee, wir können sogar mit den Ingenieuren reparieren. Ist ja mal geil. Ah, nice. No, was geht denn hier? Jetzt wird er nicht. Jetzt wird er nicht. Lass mich hier reparieren. Mein Crawler. Okay, dem geht's gut. Repariert mal bitte hier den Tank. Kommander, der GST wird diesem Ansturm nicht mehr lange standhalten. Halten Sie Nott nicht von uns fern, sind wir erledigt. Okay, ich baue mich jetzt hier unten hin mit Kanonen und alles. Ich bin oben und du kannst reparieren. Wir sehen ja hier die Prozente des Reparaturstatus. Und da müssen wir gucken, dass wir eben so schnell wie möglich auf 100 kommen. Okay, fest mit dem Crawler aufhob. Ja, ich setze ihn gerade hier hin. Dann mache ich hier oben überall Kanonen. Das sollte schon gehen. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Ähm. Wow. Was war denn das eben gerade? Irgend so eine Lady mit roten Haaren. Wahrscheinlich meine Frau. Nein, die ist so tot. Nein, die ist gar nicht tot. Zibylle. Okay, Kanone kommt. So, Kanone. Die Hälfte ist repariert. Ich mache hier mal noch so ein paar Anti-Air-Sachen. Oh shit, die haben mich hier gerade sehr, sehr dezimiert. Mach mal Raketentürmer. Mache ich. Ich helfe dir mal da unten ein bisschen. Ja, ich habe gerade ein Problem. Was sind das hier? Flammenwerfer? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben die alle eine. Stealth-Einheiten? Wo kommen die denn her? Ach, da hinten. Und die übernehmen auch meine Einheiten übrigens. Echt? Die können sowas? Ja. Warte mal, da sehe ich gerade was. Das greift irgendwie unser Schiff direkt an. Hier oben kommen neue. Ich muss mal ganz schnell nach oben gehen. Ingenieure. Kannst du noch Ingenieure machen? Ja, mache ich gleich. Also, jetzt sind wir schon in der Wartesteilung. Tatsächlich Flammenwerfer. Ja, schon wieder Stealth. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen Anti-Air. Mal sehen, ob ich das hier oben irgendwo noch mit hinpflanzen kann. Oh, vielleicht hier drüben. Ne. Ja, auch nirgendwo. Na gut, dann. Mach ich es mal hier hin. Wo bleiben meine Ingenieure? Ja, also nimm mal viel. 80 Prozent. Achtung, da hinten. Flucheinheiten. Da musst du mal was dagegen machen. Jo. Ich heile zwar gerade ganz gut dagegen. Aber es wäre schon irgendwie nett, wenn du das hinkriegen würdest. Oh ja, das sieht gut aus. Heilt der dagegen, der Penner? Eingegrabene Einheit geordnet. Eingegrabene Einheit. Wo kommen die denn? Ach, da hinten. Guck mal hier. Die kommen mit ihrem Crawler. Was? Bei der Einheit gesichtet. Da oben bei dir? Ja, ja, aber alles unter Kontrolle. Oh, shit. Die Heiler heilen sich gegenseitig. Aber jetzt gleich. Komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Gute Arbeit. Wir sind fast bei 100 Prozent. Nice. Wow, wir haben es hinbekommen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Hier sind noch Panzer. Alles klar. Ich habe eben gerade wieder einen Erfolg bekommen. Ich habe es gleich. Wow, verständlich. Schützen auf die Post. Yes. Wir sind raus. Jawohl. Sieg. Gute Taktik. Sehr gut. Das war wirklich genial eben gerade. Bin mal gespannt, wie lange wir gebraucht haben. 21 Minuten. Ja, das geht, oder? Das ist eine gute Nummer eigentlich. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Und Tschüss. Tschüss.